Du schaffst das, ich hab das auch schon geschafft. Achtung! Wenn wir mal ein Greifung auf die Hand haben möchten, der kann dieses dort hinten auch machen. Ich hab das Gefühl, dass das alles in der Hand ist. Wenn du dich umfassst, kannst du auf das Auto nehmen. Ich kann es auf das Auto nehmen. Ich bin zuerst glücklich, dass du das Auto nehmen kannst. Ich habe der Welt neue Bilder zu zeigen. Wie machen wir Dinge, die neu sind. Und ich denke, dass das hier hinter uns ist ein Symbolismus für mich. Jeder ist hier wirklich wieder in der Hand zu zeigen. Der Auspobieren, die ideale Einstellung. Die sind ja auch einfach einmal in den Händen. Die scheinen aus dem Hinterzentrum zu fahren. Das ist überstehendlich von der Sandplatz. Hier geht's. Gedichtet gegen Wasser und Staub. Also wegen Sand, alles gar kein Problem. Das auch? Ja. Die sind ja auch einfach mal ein Zeug. Das ist nicht. Das ist ja auch einfach mal ein Zeug. Alles war schon mal ein Zeug. Das ist ja auch einfach mal ein Zeug. Ich schiebe ihn mir an, alles war schon doll. Das ist richtig. Vielen Dank.